Hallöchen, ich habe beschlossen einen Tour-Vlog zu machen und zwar an dem zeige ich euch was ich alles so in einem Tag mache oder halt in mehreren Tagen in dem Fall und ja ich hoffe es gefällt euch so ein bisschen so behind the scenes und dann legen wir mal los und dann legen wir mal los Musik 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 Ich kann das nicht! Der andere! Das sieht gut! Okay! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Okay! Ich bin nicht! 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 Guten Morgen, ähm, ja, es gibt gleich Frühstück, deswegen, ähm, ja, mache ich mich jetzt noch schnell fertig und dann geht's essen. Ginger Ale. Ginger Ale? Das ist doch kein Ginger Ale, das ist Kakao. Kakao ist von Ice Cream. Ice Cream? Nee. Aber, aber, aber Englisch heißt Ice Cream und Eis heißt das Eis. Ja. Ja. Ja, wenn ich war gut, ihr zog nur nach und schweig, am Hooked. Woh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020